Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Cyberpunk 2077, dem DLC Phantom Liberty. Dann wollen wir mal weitermachen. Genau, wir wollten zu ihr gehen. Ja, das ist halt alles so ein bisschen komisch, ne? Ja, irgendwas stimmt doch nicht. Hier mit diesem Haus. Ja, hier war doch gerade. Ich sag, hier stimmt was nicht und dann... Ah ja, hier. Da war's. Ich kann sagen, da lag doch was. Da lag doch was. Oh! Ob wie von Geisterhand das ist, sind die Getränke verschwunden. Uh, spooky. Aber das kann das Ngramm sein, dass die gebrutzelt hat, ne? Oh, sehr schön. Okay. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja. Nein, das stimmt. Ja, warum nicht? Die gehen ein großes Risiko ein. Ja. Also, was ist, wenn Songbird nicht kommt? Wir warten auf sie. Mehr können wir gerade nicht tun. Wenn sie nicht kommt... Hm. Dann... ...haben wir noch eine weitere Option. Aber das können wir morgen entscheiden. Wir sollten uns ausruhen. Klar. Das ist alles echt surreal. Ja, ja. Weißt du denn, ich könnte jetzt zu Hause sein. Ja. Normalerweise würde ich die Abendberichte lesen, mit einem Wasserglas und zwei Schlaftabletten. Klingt nicht, als würdest du das vermessen. Hm. Wir sehen uns morgen wie. Naja, diesmal brauchst du zumindest keine zwei Schlaftabletten zu ihrem Glas Wasser. Oh, fuck. Ich hab echt unbequem gelegen. Oh, Maja ist es auch schon wach. Sie ist auf dem Balkon. Nimm dir ruhig einen Kaffee, der ist frisch gemacht. Echt? Wo denn? Wo ist Kaffee? Wo ist Kaffee? Wo ist der Kaffee? Hi. Ja, hier. Was denn? Du sollst denn trinken und ich... Hast du den Kaffee denn hingepackt hier? Kann ich hier auch noch Neueste? Neue... Neue Items. Snack-Kaffee. Was hab ich den Kaffee denn denn getan? Ah, hier. Ja, hier. Komm. Ach, schön. Danke. Oh, ja. Aber Jacob, der liebt das Land der Träume. Aha. Komm schon, bist du jemals in den Rayfield gefahren? Meine Villa und meine berühmten Freunde. Meine Luxusbude. Die ganze Nacht hat ja sowas gelabert. Scheint wohl ein Mann mit Ehrgeiz zu sein. Und einer schiefen Nase. Ja. Wo finde ich Jacob? Beim Fallschirmabwurf in der Nähe. Er wollte es auschecken. Okay. Ne, dann gehen wir mal zu Meyers. Boah, was für ein mieses Wetter. Ja. Oh, die Rauch. Du hast Hansons Jagd Meuthen gesehen. Vielleicht wurde sie erwischt. Möglich. Und das bereitet mir große Sorgen. Hm. Ich muss sie finden. Man lässt seine Leute nicht einfach zurück. Glauben Rekruten diesen Märchenscheiß noch? Egal, was passiert ist. Sie braucht unsere Hilfe. Hm. Wir brauchen einen neuen Plan. Wir brauchen eine Person. Okay. Und zwar Salomon Reed. Vor sieben Jahren war er Leiter unserer Geheimdienstoperation in Night City. Er und Soumy waren ein Team. Nach dem Konflikt wurde er zum Schläfer. Aha. Also ist er noch da draußen. Reed ist prinzipientreu. Er lässt sich nicht bestechen oder beeinflussen. Wenn wir jemandem vertrauen können, dann ihm. Ah, ja. Ein Schläferagent? Echt jetzt? Erzähl mir mehr. Wenn das kein Staatsgeheimnis ist. Ist es. Und zwar ein sehr gut gehütetes. Ah. Wenn du deine Interessen in einem fremden Land wahren willst. Und die Diplomatie versagt. Brauchst du andere Mittel. Wie einen Militärputsch. Das ist eine Option. Salomon Reed ist eine sicherere. Dieser Reed klingt wie ein Ass im Ärmel. Warum spielst du es erst jetzt? Weil man einen Schläfer nicht mal eben so aktiviert. Man braucht eine Hundepfeife. Eine was? Sag ihm nicht, dass ich das so genannt habe. Ein Signal, das nur Reed hört. Etwas kompliziert. Hm. Vor dem Krieg gab es einen geheimen Kommunikationskanal der FIA. Ein Zugriffspunkt in einem Kapitän Kaliente in der Nähe. Oh, ja. Der Zugangscode war 0931. Hab ein mieses Gefühl wie... Meinst du analoges Festnetz? Hat der Absturz die Zeit zurückgedreht? Geheime Daten. Verschickt man am besten über die Technologie, die sich am schlechtesten abfangen lässt. Das Kaliente sollte noch angeschlossen sein. Steht der Besitzer auf Antiquitäten? Zumindest auf Regierungsgeld. Und vielleicht lebt er ja noch. Denk dran. 0931. Okay, klingt machbar. Joa. Lieber als Zerstörung. Verstanden? Joa. Und was passiert dann? Reed wird dich überprüfen. Dann zeigst du ihnen das. Das heißt, dass du für uns arbeitest. Mit einem Eintrag in der FIA-Datenbank. Oh, Moment mal. Ah, ist das, ich bin jetzt Special Agent? Richtig. Willst du den Eid schwören, damit es sich echt anfühlt? Hm. Ne, das reicht. Da wir auf derselben Seite sind, von mir aus. Ach, wie? Dann sprich mir nach. Hiermit schwöre ich, wie? Hiermit schwöre ich, wie? Ich schwöre ich, dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. Ziemlich erbärmlich. Dass ich den neuen Vereinigten Staaten von Amerika treu dienen werde. Ich schwöre, die Werte zu verteidigen, die in der Verfassung der Nation dargelegt sind und die Regierung unserer Nation mit Würde und Sorgfalt zu vertreten. Ich schwöre, die Werte zu verteidigen, die in der Verfassung der Nation dargelegt sind und die Regierung unserer Nation mit Würde und Sorgfalt zu vertreten. Ich schwöre, mein Land gegen alle Feinde von innen und von außen zu verteidigen. Ich bin bereit, dafür mein Leben zu lassen. Ich schwöre, mein Land gegen alle Feinde von innen und von außen zu verteidigen. Ich bin bereit, dafür mein Leben zu lassen. Im Namen aller Amerikaner danke ich dir. Hui. Habe ich Johnny böse gemacht? Viel Glück da draußen, wie? Und lass dich nicht erwischen. Ach, ich lass mich nie erwischen. Yay! Ich bin Special Agent! Ich bin aufgestiegen! Dann wollen wir mal! Ach ja! Nehmen wir auch nochmal mit. Was haben wir hier noch? Oh, da liegt auch noch ein bisschen Knete. Ach ja! Wir sind ja schon reich. Special Agent werden war, äh, dann als nächstes Beste. Ist hier nichts drin? Schade. Okay. Da hätten wir die Leichen loswerden können, ne? Wenn wir sie gebürtet haben. Weißt du denn, ein Ei zu schwören? Das war ein Fehler. Ach ja? Manche Sachen sind es wert, ihnen sein Leben zu widmen. Tja. Aber nicht das. Schon klar. Scheiß auf System, auf Arasaka, auf die NUSA. Krieg dich ein, Wien. Es ist kein Anarchisten-Workshop für Teenies. Oh, wirklich nicht? Ich war ja mal ein Konzernsoldat. Hab mich regelrecht in die Uniform gestürzt. Ah ja. Wir waren so geil auf ihren verfickten Eid. Sprechen Sie mir nach. Bla, bla, bla. Oh. Was ich damals geschworen habe, keine Ahnung. Willst du wirklich darüber reden? Vergiss es. Mir war gerade irgendwie nach Standpauke. Ach so, ja, na dann. Oh, wow. Wie theatralisch. Ach, Explosiver, ha? Naja. Ich wollte irgendwie, dass es cooler wird. Fürs Let's Play und so. Wenn es auch ohne, ne? Aber so fühlt es sich vollständiger an. Ach ja, nehmen wir nochmal. Kaffee mit. Nichts geht über einen ordentlichen Schub Kaffee. So. Ja, ein bisschen. Oh. Meinst du, ich mache auf einem Bein Parcours? Hm. Danke für die Info. Vielleicht sehe ich mir das an. Oh, 100%. Kaffee mit. Oh, zu 100%. Ach nee, nicht schon wieder, ne? Was? Wo denn? Bin wieder da. Was ist denn das? Okay. Oh. Wie in Dogtown. Wie schön. Seite an Seite mit meiner Lieblings-Söldnerin, die Sais des Yara Nevada. Ähm. Hatten wir nicht nur ein Auftrag zusammen? Hm. Lass uns nicht die turbulente Geschichte von Haitianern, Netrunnern und Animals vergessen. Ohne mich hättest du die VDBs nicht kennengelernt. Ich bin der Quell deiner Abenteuer, auch in Dogtown. Wir treffen uns also endlich mal persönlich? Oh nein. Dazu sage ich weder ja noch nein. Statt einer Antwort gebe ich dir lieber Arbeit. Ob du nimmst dann? Eins noch. Ich weiß nicht, wie du über die Grenze nach Dogtown gekommen bist, aber... Willst du auch nicht wissen. Ich vermute nicht durchs Haupttor. Ist aber auch nebensächlich. Zukünftig kommst du jedenfalls problemlos rein und raus. Name und Gesicht sind jetzt im System. Ab sofort kommst du ungehindert über die Bezirksgrenze. Oh, super. Ich melde mich wieder. Na dann. Hätte ich vorher gebrauchen können. So, BD, 1C, 1F, BD, 1C, aber das ist kein 1F. Hm. Nehmen wir noch nur 55, E9 und dann BD. E9, BD, 1C, ne? Ach komm. Na schade. Doch hier 1C und F, ne? Okay. Egal. Na so. Ist nicht schlimm. Ups. Hä, wo ist denn das? Das muss doch hier irgendwo in der Nähe sein, dann. Machen wir später. Da komm ich da unten dann da hin. Ach, ich mach erst mal das. Ich fette erst mal da hoch. Ich mach erst mal meinen Parcours und dann. Ach, da ist das. Das ist gar nicht hier, ne? Ich fette am besten hoch. Weil hier schließe ich noch nie. Das ist jetzt schließe ich mein erstes Mardok-Town, ne? So. Wo komm ich da hoch? Hier rein? Nein. Mhm. Warte mal, kann ich das hier auf der Karte markieren vielleicht? Hm. Hm. Komisch. Das wäre doch die Gelegenheit rauszugehen, um Hilfe zu holen. Ich bin ja einfach nur weg, Mann. Dann, wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, überall hinzukommen. Ich gehe nochmal runter. Na ja. Bis danach gab's wieder ne Schießerei. Wie viele macht das dich nur Rat? Na, hör bloß auf. Da geht jemand, da was mit ihm an. Na dann. Ach, na dann. Da. Ja. Na dann. Nicht. Da muss ich hoch. Hab all meine Kohle verloren. Schon wieder. Ich leide dir nichts mehr. Nie wieder. Komm schon, bitte. Hier ist ein Aufzug. Nur noch dieses Mal. Wahrscheinlich komme ich nicht ganz nach oben, ne? Naja. Ja. Ach, nein, Quintal! Ah! 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 Oben. Ich denke, hat er gesagt, Klettertour. Ja, BD-E9-55-1-C. BD... Nein, hä? Hm. BD... Aber hier ist kein 1-9, ne? E9, sorry. BD, BD. Aber hier ist auch kein... Doch, hier ist ein E9. Also BD, E9-55-1-C. Okay. Also F, D, E9-55-1-C. Okay. Hier ist noch einer. Ach, der. Ach, Mensch. Ach, Mensch. Ich übernehme die Flanke. Ach, ja. Ach, ja. Das war ja nicht mehr schleich, ne? So, wenn hier noch mehr... Da vorne. Oh, sehr nice. Na ja. Mal gucken, was die da drüben noch haben. Okay. Ach, da. Neh, mich. Oh, da oben war auch noch... Äh, ich nehme erst mal, glaube ich, hier unten, ne? Ah, hier. Ja, ist mir egal. Ah ja. So, hier war da auch noch einer. Ah ja, da. So. Hier war doch irgendwo auf dem Dings, wo man da alles verkaufen konnte, ne? Wir haben ja Zeit. Ja, ich weiß. So. Level-Aufstieg haben wir auch. Das können wir nämlich auch gleich machen. Äh, hier. Haben wir das nämlich frei. Ja. Und was haben wir hier? Hm. Hm. Na komm. Dann gucken wir mal auf der Karte. Ja, hier war doch was. Richtig gesagt. Müssen wir gucken, wohin ich muss. Ja, hier. Da müssen wir hin. Ist ja nicht weit. Mal gucken, ob wir da den Dings nehmen. Was haben wir denn da? Warum nicht? Gut. Dann. Ab nach unten. Schönen. Waffe können wir wegstecken. Und wenn nicht so auffallen. Nö. Ja, ja. Ja, ja. Ach, ist ja sowieso. Ne, muss da raus. Oh, das sind doch nur 100 Meter. Kriegen wir hin. Dann können wir hier gleich nochmal nach den Dings gucken. Oh, Mensch. Immer diese Nase. Immer diese Allergien. Ja, ja. Immer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ist das verdächtig genug? Hier rumspringe wie so ein Hampelmann? So, dann wollen wir doch mal gucken. Ja, guck mal hier mal. Ein paar Sachen. Mehrfach. Genau, hier. Dann verkaufen wir das. Dann verkaufen wir das. Ein bisschen was müssen wir, glaube ich, auch ins Dings packen. Das Auto. Wenn wir eins rufen. Oh, ja. Gehst du noch weiter. Gut. Aber gut. So. Na ja, komm. Wir können ja schon ein bisschen wieder. Ein bisschen Platz haben wir gemacht. Haben wir auch ein Dings? Zum Kaufen eine Wohnung. Ach, hier ist auch ein Dings. Oh. Ich dachte, hier hatten wir schon alle. Hm. Genau, hier ist ein Ripper Dog. Ah, ja. Ach, hier hatten wir doch schon die Tarot Karten. Oder sind das neue? Also die anderen hier hatte ich ja schon alle. Naja. Ach, hier ist Mr. Hands. Okay. Der ist tatsächlich hier. Okay. Eine Wohnung können wir anscheinend noch nicht kaufen. Okay. Was haben wir hier? Naja. Dann nehmen wir jetzt mal hier die Tarot Karte, ne? Nachrichten haben wir auch noch. Das wird lustig. Ach, hier sollen wir hoch. Irgendwie. Hä? Muss ich da ganz hoch, oder wie? So. Dann gehen wir doch hier hoch. Entschuldigung. Ich überspring die mal. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, noch höher. Okay. Können wir dich hier einfach lang? Okay. Naja. Nee, hier müssen wir nicht wagen. Hier müssen wir lang. Also, wo bist du? Ach, hier unten. Hä? Ah, hier. Ah, hier. Ah, ja. Was? Haben wir dadurch gleich eine neue Mission bekommen? Und wo? Ah, nee. Das ist was anderes. Hm. Komisch. Okay. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Am besten hier runter, ne? Ah, ja. Die laufen wir am besten nicht rein. Können ja auch hier runter. Dann rufen wir mal ein Fahrzeug. Äh, hier. Und parkst du auf der anderen Seite. Ach. Ich kann nichts dafür, dass der auf der falschen Seite geparkt hat. Vater wäre stolz auf uns. Oh, ja. Wäre er das? Ich brauche jetzt irgendwo einen Parkplatz. Gesundheit. Warte, nur an meinem Dingsbahn. An meinem Lager. Heine Güte. Äh. Ja. Dann gucken wir mal. Was? Nehmen wir denn mal? Ah, die Schrotflinten können schon mal rein. So, das kann auch schon mal rein. Das kann auch schon mal rein. Das kann auch rein. Das kann auch rein. So, das auch. Aber kein besseres Scharfschutzgewehr bekommen. Das finde ich aber sehr... ...gemein. Okay. Ja, packen wir die auch rein, ne? Das haben wir hier noch. Ach ja. Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Ja, können wir später wegmachen, ne? Dann packen wir erstmal alles ins Inventar wieder rein. Wir fahren hier weg. Das ist mir definitiv zu viel Schießerei. So, dann holen wir erstmal die Mayas hier raus, ne? Oder probieren es zumindest. Ich wollte nur mal rufen. Alle wissen lassen, dass wir hier sind. Äh, Anthony Anderson retten. Bla, bla, bla. Ah ja. Oh, hier. Sei dabei, wenn Musiker schon... Ah ja. Warum nicht? Das ist eine automatisch erstellte Nachricht. Bitte antworten Sie nicht drauf. Ich antworte gerne auf automatisch erstellte Nachrichten. Das ist mein Hobby. Das ist ein Hobby von mir. Ich gehe eh nicht hin. Wow. Ich habe gedacht, ich hätte das Schlimmste schon gesehen. Ähm. Hahaha. Jede Menge. Jede Menge. Muss wohl ein guter Schuppen gewesen sein, aber... Jetzt... Wohl nicht mehr. Ah, warte mal. Ich kann das kennen, ne? Achso, nee. Was haben wir hier? Oh, ja. Ach, das ist schon wieder. Ah, das kennen wir doch schon. Das kennen wir auch schon. Das auch. Aha. Ja, den kennen wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja, das kennen wir auch schon, das Nanogel. Na ja, das passt jetzt eher nicht, ne? Okay, das ist wohl eher nichts für Asexuelle. Ach. Ach, Mensch, das ist ein Kettenbrief. Ein verdammter Kettenbrief. Und irgendwas mit Implantaten. Ups. Ein Tütchen kommt mir entgegen. Der Runster, ja, natürlich. So, was haben wir noch? Ganz viel rumliegen. Oh, ja, guck mal. Also, Loot haben sie zumindest da gelassen. Das ist von außen, ne? Ach. Hab ich gar nicht gesehen. Hier ist ja auch noch was. Machen so viel. Oh, boah, nehm ich mit. Lass mich ran, das analoge Telefon ist hier hinten. Die ist gar nicht eingeschaltet. Ich wollte die gerade ausschalten, damit die ist ja nicht mal eingeschaltet. Oh. Der heiße Scheiß von Arasaka, ha? Ach. Ja, machen wir gleich. Ach, hier wäre auch noch ein Eingang gewesen. Deswegen. Aha. Verbinden wir uns mal. Äh. 7a, b, d, 7a. Haben wir noch nicht. Beginnen wir... Oh, mit dem Timer. Haha. 55. 55. Und dann 7a, b, d, 7a. Ja, ne? Da ist 55, 7a, b, d, 7a. Äh. Ja. Ah. F, f, b, d. Nicht dran gewöhnen. Das wird nicht so häufig vorkommen, dass ich das hinkriege. Letzten Male waren alle... Glück, würde ich mal sagen. Oder ich hätte halt einfach... Ja. Nö. Gute Dings. Ähm, ja. Würde ich mal sagen. Oder auch noch eine Kamera. Aber die sind ja eh aus. Ich speicher. Weil der Timer hat ja auch gerade gepiept. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Wir sehen uns dann hoffentlich auch wieder. Bis dann. Bye. Guten Morgen, Night City. Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie eine solide 30. Zehn davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gängkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas vorne im Arsch. Sowas stimmt das NCPG persönlich. Während in Santo Domingo ein neues Stromausfall herrscht. Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Optik. Spann vom Asphalt. Und in Pacifica. Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume. So viel erst einmal von mir. Oh, mein dieser Tag in der Stadt der Träume tut. �